Unsere zwei Impro-Gruppen hier sind große Abenteuer. Sie haben schon gegen die wilde Dreizehn gekämpft. Und deshalb werden sie regelmäßig als Stuntlubel für andere Augsburger Pippenkisten, wie wohl Urmel aus dem Eis oder Kleiderkönig Kallebirsch, engagiert. Und dass sie richtig gute Stuntlubels sind, werden wir auch in der nächsten Szene sehen. Ich brauche dafür vier Freiwillige. Oh Gott! Oh, schuldigung! Es ist nicht leid! Ein Schwamm, bitte! Zwei der Impro-Spieler hier werden eine ganz normale Szene spielen. Die zwei anderen sind die jeweiligen Stuntlubel. Immer wenn die zwei normalen Spieler denken, jetzt wird es aber gefährlich, dürfen sie nach ihren Stuntlubeln rufen und werden ausgewechselt. Ihr zwei seid Stuntlubel, keine Widerreide! Bevor wir beginnen können, brauche ich jetzt von euch eine Vorgabe, nämlich eine alltägliche Tätigkeit, die man in Lummerland besonders gut ausführen kann. Kochen! Staubsaugen! Σplund! Sturzieren! Staubsaugen! Schlapp! Bergsteigen! 1963! Posten austragen! Und für Staubsaugen! Staubsaugen! Wunderbar! Wer... Staubsaugen! Hat Staubsaugen! Wir kriegen die auch noch! Ich hab dir extra mitgebracht, das ist eine ganz große Spezialität. Für alles zuletzt, ich hab was getrautet. Wunderbar, dann sehen wir jetzt ein Stand. Schau mit Schausau auf! 5, 4, 3, 2, 1, los! Der Staubsauger, wo ich jetzt bin? Ah, ach so, bring dir einen. Okay. Stab du wohl! Ich werd dir den Staubsauger im Beutel bringen! Schlecht ihn ein! Ich mag, das ist so sexy, wenn du vor einem Lein gehst. Ja, du hast mir nie umsonst gehalten. Ja, ich mag nicht mal. Also, eigentlich, wenn du immer so sexy bist, kannst du... Ich weiß nicht, ich mag das auch. Also, ich hab immer so sexy und so goofy und so, ah, auch. Es gibt noch ein Lied. Yeah! Yeah! Ja! Voll. Sexy. Ich kriege. Schloé, ich weiße, ich muss ihn als Köln wegziehen, ist schon so schön wie er zu uns handelt, aber auch nicht ist schon so schön! Ja, dann leg mal los. Stand to the end! Stand to the end!